Hat Leeds Dance ein neues Traumpaar? Diese beiden Ex-Kollegen wollen zusammen verreisen. Köln, was geht denn da? Offenbar planen die Ex-Tanz-Kollegen Ann-Kathrin Bendixen, 24, und Gabriel Kelly, 22, ihren ersten gemeinsamen Urlaub. Wochenlang teilten sich die Reise-Influencerin und der Kelly Spross die Sendezeit und das Tanzparkett unter ihren Füßen. Schon bald wollen die zwei Let's Dance-Küken offenbar auch ihre Zeit miteinander verbringen und auf große Indienreise gehen. Und das ohne ihre Partner. Geht bei den beiden vielleicht doch mehr als angenommen, geht es nach der 24-Jährigen, nein. Indien ist ein Land, vor allem wenn man es als Frau alleine bereist, das in einigen Gebieten recht gefährlich sein kann. So kann ich sicherer reisen, weil ich nicht alleine bin und Gabriel kann sein Abenteuer erleben. Ein Hauch Restzweifel dürfte hingegen bis zum Schluss bestehen. Davon will die Halbfinalistin aber nichts wissen, im Gegenteil. Ich glaube, das wird eine echt coole Zeit, in der wir auch zusammenwachsen. Ann-Kathrin Bendixson und Gabriel Kelly auf großer Tour Zusammenwachsen, immer wieder finden Tanzpartner ihre große Liebe in der RTL-Show. Bestes Beispiel, Rebecca Mia, 32, und Massimo Sinato, 43. Laut ihrer besseren Hälfte hat Isa keinerlei Probleme mit der Reisezweisamkeit zwischen Ann-Kathrin und Gabriel. Ich habe schon ganz oft Reisen gemacht mit verschiedenen Leuten, und das war nie ein Problem, auch nicht für den jeweiligen Partner, erklärt die 24-Jährige. Auch Kelly-Freundin und Musikerin Leonie Miller, 20, soll mit den geschmiedeten Plänen ihres Auserwählten kein Problem haben. Die mögen sich auch gegenseitig und haben sich kennengelernt. Deswegen alles easy, stellt Ann-Kathrin zur Beruhigung aller Beteiligten klar. Auf eine Sache kann sich der Nachkömmling von Papa Angelo Kelly, 42, aber jetzt schon gefasst machen, den Motorradführerschein. Das war die Nachkömmling von Papa Angelo.